Mit der Alchemie, dass das so funktioniert, dann wäre es vielleicht einfacher, wir wären ja nicht so oft so gestorben. Dass es so einfach geht. Wenn man den ganzen Tag hier an der Alchemiebude rumsitzen kann, den rumkommt. Wie viel hast du jetzt eigentlich jetzt hinzugefügt bei dir? Zwei, aber hier sind keine hinzugefügt jetzt, ne? Hm? Wir sind jetzt keine hinzugefügt worden. Nimm dir mal zwei raus und schmeiß die mir raus. Dann füge ich bei mir auch zwei hinzu. Ich habe schon welche hinzugefügt bei mir. Hm. Okay. Jetzt sind da sieben Stück. Okay, ich werde, ich gehe einfach nicht mehr mit Monsterschlachten. Dammte Scheiße. YOLO! Ein YOLO. YOLO Mode activated. Vor allem sind die Netherwads jetzt auch weg dadurch, ne? Na klar. Facts. Äh, haben wir beide gleiche Idee? Die haben die beide gleiche Idee, ihr Faggots. Nasschgang. Enderstone, ja. Phantom Fight Rank. Genic Labor, so das ist das mit dem Bean. Klein reward. Was haben wir mit den Raids? Paulum, du kannst auch so inzwischen nur Power Raids oder Raids? Dann kriegst du noch mal Power Raids und Raids Ja, ist geil Bags D-Pick Bag und Good Bag Good Bag, was haben wir da drin? Great FB in Wax Okay, ja Oh mein Gott 4 4 Ja Hm So, ich wollte das Zeug gerade herstellen 5 Achso, jetzt wieder C, H, O C, H, O Wie viel brauche ich denn da von jedem? Ah, ich brauche wieder H zu viel Oh mein Gott Ja Und C, hab ich noch da ein Stick Ey Was? Lass mich damit nicht an 5,12,5 Du weißt, was das war, ne? Ne Klaunis Okay, ja, das Juckt mich gerade hier nicht Baustand haben wir jetzt auch Ja, was ist ein Baustand? Gabs Hm Ach, Obsidian gab's auch noch Okay Nächster Quest ist fertig Wattas 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 Hat mir jetzt eigentlich genug Ähm Eisen Wie kannst Eisen da rausnehmen? Sicher Ich kann Eisen immer wieder herstellen Wattas Achso, du willst die fertig machen? Ja Dann musst du das herstellen Au, wird Schlecken, ne? Soll ich euch willkommen? 400 400 Eisen Ja Soll ich dir zeigen wie das geht? Nö Also muss ich das jetzt eben herstellen Hm? Also muss ich das eben herstellen Ja Oh, du bist so ein Yolo, Mann Machst du das mit den Eimern, ne? Ja klar Wie ging das mit den Eimern? Du musst die Eimer da reinwerfen Dann kommt FE raus Und FE habe ich schon vorprogrammiert Ähm Wo reinschmeißen? Hier Hier kommen die Hier kommen die Eimer rein Da Schmeiß die Eimer rein Und dann kommt hier irgendwo In das untere Teil hier? Ja In das untere Teil Und dann kommt FE raus Was hier zum Beispiel schon in der Truhe ist Das ist das Iron Guck mal hier rein In die Schau da mal rein Da ist FE unten in den Reihen Die nimmst du raus Und packst das FE hier oben rein Da Da ist es schon drin Und dann macht der Eisen Okay Aber ich muss natürlich auch FE noch Ähm Beziehungsweise einmal wieder herstellen Das können wir machen Indem wir Wir müssen wirklich, weil ich gerade alle verballer Hm Ich weiß Wir lernen Aber das ist ja nicht so schlimm Dafür muss ich Oh wie ging das Rezept denn Für Wasser nochmal Ähm Warte Ähm Dann nimmst du Pass auf Dann nimmst du Ähm Ah ne ich lösche das Emi Hinten raus Ich glaub das reicht schon für 2 Ne das Ähm Du kriegst... Ähm du kriegst nicht so viel raus hm naja ich stelle gerade wasser her mit wasser stelle ich einmal hier kommen wir hier rein in den ich da aufstehe da ist jetzt zweimal h und zwei und einmal das ist hinten in der großen chest drin die da frei schwebt und findest auch in den anderen beiden chest dann kannst du da wasser rausnehmen das wasser machst du dann 16 stück einzeln machst du wie ich das jetzt reinpacke so kommt man da jetzt rein ich da stehe dann musst du da rein alles wasser rein was du hast du raus hast ganz viele eimer muss jemand leeren weil wenn du die nämlich die einmal wieder so rein tust dann nimmt er nämlich produzierte die nur wasser das ist ja eigentlich du brennt ja ok das brauche ich für später aber ich stelle schon mal welche her ja ich stelle schon welche her ich produziere meine weisen also die wireless meine ich jetzt ne ja ja stell mal nur ich her so viel redstone wie wir da schon gekriegt haben wieder das man stirbt schlägt einen voll zurück na ja naja passiert weiß wo ich jetzt hier mit der eigentlich aber auch kriegen dadurch ist das ruhig jetzt mit der alchemie ein bisschen umdümpel da obwohl sollte ich mache hier kurzen cut und bis gleich macht schon wieder cut habe ich noch nicht gemacht oh scheiße dass man meine audio speichern weißt du doch 48 eisen 52 eisen brauchst du denn er nehme nicht alles 100 100 nur oder 200 ja jolo genau wie viel sollte produzieren hast du haschmich weißt du wie das reicht weißt wie viel man herauskriegt weiß ich dann nicht reicht voll allemal nein das ist wie lange fe dauert aus den eimer kriegst du nicht so viel fe ne ja aber ich habe die ganzen eimer die wir hatten die lernen alle verballert war noch irgendwie mehr als vollstecks ja aber da kommt dieses wehraus jetzt wieder nur 52 stück jetzt habe ich ein sack eisen wieder 1 2 3 4 4 stecks und da bin ich auch wieder das passt wegen der aufnahme haben wir drüben noch fe ja produziert dann ein bisschen nebenbei ist auch nicht viel kostet 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 denn kostet gradalys das ist das obchicken den ich hier schon habe und ich rede wieder mit mir selber damit ich gucken kann was ich so noch in den truhen habe und was ich verbrauchen kann hier ist jetzt kein fe eingerutscht kann ich das mal sortieren auch hier ist wieder fe noch mal 100 bei 1 stack aus 1 stack fe kriegst du nur 4 barren draus das ist hier willst du noch mehr barren haben hier hier ist noch mehr barren links sehen wir ich stell schon her weil ich hatte schon was hergestellt das war hier drin aber in dein inventar jetzt hast du wieder aufgesammelt nein die sind in deinem inventar sagt doch nicht dass es noch game out mit mir ist oder adventure mode